Servus, ich bin der Markus Rosenmüller, ich bin Regisseur und zwar von Pumuckl, wir befinden uns gerade am Set von Pumuckl. Alles auf Anfang, Leute, bis du schneller gehst! Meine Kamerabine, meine zweite Regieassistentin und bei der und die geht es nämlich hier, weil wir haben dieses Mal noch die PC extra gedreht und deswegen ist die so gut aufgelegt, denn es war für sie effektiver und nachhaltiger und hat ja wahnsinnig viel Arbeit gespart und deswegen kann ich die App nur empfehlen und viel Spaß damit! Servus!